nice nice aber halt nur gestreckt alter what the fuck oh das hat gespritzt aller hallo und willkommen zu einer neuen runde endlistet wir haben mal die kampagne gewechselt von der invasion in der normandie back to the roots schlacht um berlin ist angesagt ich fix erstmal meinen helmet hier gut hinbekommen wir sind dann auch komplett level 1 also komplett low ja wir haben mit die vg2 die k98 kriegsmodell die mp 3000 als sturm schütze und vg2 und dem panzer 4j mit fünf mann besatzung ich habe nur drei alles klar da musst du dann blind ich habe es ohne scheiß ich habe es noch nie gesagt wir spielen hermann-göring straße wer kennt sie nicht an meiner kräume mal schauen was bei rum kommt mal schauen ja was spielen wir dann sturmsoldat als erstes stürme die mp 3000 geil aus so mal schauen ich habe nach wie vor die befürchtung dass wie soll ich sagen dass diese schlacht um moskau kampagne die schlechteste der drei kampagnen ist aber dazu kann ich jetzt noch nicht sagen wie gesagt wir schauen uns jetzt erstmal hier schlacht um berlin an moskau hat mich ja nicht so geflasht bis auf ein paar maps sie waren ganz nice aber ansonsten gab es eigentlich nicht so so geile sachen vielleicht laufen wir da gleich rein das sieht wirklich wirklich sehr sehr schön aus ich habe keine ahnung wo die gegner sind noch nicht zumindest feind ist da drüben ich sehe keinen jawohl maxi platt assistance nice sehr gut so jungs was machen wir alte sitz hier alter das ist eine schöne map also for real das ist nice naja die kreuze haben sie geändert alles klar mussten die auch fast ändern alles andere wäre einfach ziemlich dumm gewesen wir schwenken um von c das lassen wir denen mal in richtung a irgendwo schießt dann auf mich aber ich sehe den nicht fack ich sehe den halt for real nicht ja gegner sind in der unterzahl ok holen sie sich schon wieder holen sie sich jetzt gerade a holen uns haben wir gesagt genau oh der wird ein panzer ja und er trifft mich halt direkt ist das jetzt für das person oder bin ich auf einer wo bin ich hier aller hier erst mal hier deckung und hielen sollten wir durchkriegen sollten wir schaffen ei 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 aber das sollte mit mühe und not funktionieren genau stecken wir uns noch alles an genau sehr gut oh hier die camping barrels hier vor rücken jungs vor 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 rücken molotov rein schallern panzer wäre hier falls jemand bock hätte wenn nicht dann halt nicht aber der wird hier halt stehen stehen kann einmal irgendwer hier hey der hat sich gleich wieder rein verpisst der kontrollpunkt bravo ist verloren aber was macht er denn und da ganz hinten hockt einer jetzt fahren wir über die hermann-göring-street einfach rein in die stadt so sieht es aus alter schallerts hier rein was fahren wir denn als eine richtige krücke nice ist diese karre einfach langsam alter weiter what the fuck ja so werden wir nicht viel gewinnen hier in berlin da gleich rechts ist der panzer ich höre mal die spotten mich jetzt nicht gleich oder ich mach einfach mal den wechsel mach mal so was war das denn schon wieder mann nur in zwei kills mit einem schuss doppel kill aber das habe ich mir das nicht vorgestellt ja jetzt kommen hier unsere panzer nice jetzt hilft es halt auch nicht mehr mann 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 was schallert denn darüber what the fuck ja nimm den erste hilfekoffer schieß in die rein und dann abfahrt rein ins getümmel mit halt bin ich hier gelandet zugriff ja nein hier mandel kämpf deiner fuck so jungs holt euch b zurück amena alte fliege auch hier hier geht es richtig ab holy shit so wir gehen wieder da ist im geesturmdruck alter art gibt sie auch schön wir spielen natürlich auf seiten der wehrmacht ich meine das ist doch ganz klar what the fuck what the fuck man geht er da nicht hoch oh 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 hallo hey von überall was war das denn jetzt ein geschütz dann kann ich wieder panzer fahren hm nice toll machen wir den spawn dann abfahrt aber vor mir guckt auch gerade einer rum ey wir verlieren halt richtig hart alter what the fuck wir werden so geraped grad wieder ja dich habe ich aber gesehen euch bleibt doch stehen da hinten auch da hinten auch alter wie viele leute da jetzt rumlaufen boah die bude haben wir zerlegt ach du scheiße Allah ei 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 hier knallt es gleich so rein hier knallt es gleich so rein hier knallt es gleich so rein oh nur ein hitmarker auf die entfernung what the fuck Allah machen wir hier Zugriff Allah komm fahr weg die scheiß Laterne hier ey das ist so was war das denn wieder irgendein geschütz einfach nur lächerlich ich lebe noch hi hi kann ich noch irgendwas reparieren der Urgeld aber hey panzi brauchst du nicht nervös zu sein bruder ok mach dich wieder ganz mach dich wieder ganz so wie siehts jetzt aus wieso springt mein panzer so rum jetzt nicht mehr lol da jetzt schon wieder hier what the fuck jawoll jawoll ich führe halt einfach ok das war es komplett naja ich habe auch keinen Ingenieur dabei ne nein ich habe gar nichts dabei scheiße Allah ja werden wir mal da rüber gucken wie erobern wir irgendwo hier inzwischen ah da hinten steht auch ein Panzer rum lol woher da unten wäre ein Panzer das wäre halt oh den habe ich wieder nicht gesehen ist der german stillhunt granate you know abflug rein nein hier hier Panzer hier hier jo kann ich den jetzt nehmen nehmt den Panzer wir haben einfach gekillt lol so alter hier knallt überall everywhere weißt da hinten klar nix der feind wird auch gewinnen wenn wir so weiterspielen hier wie die krücken wieso treffe ich den nicht hä nice nice dann haben wir halt nur gestreckt alter what the fuck oh das hat gespritzt Allah ja nimm doch den erste hilfekoffer close ganz close und auf mich gestreckt 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 push 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 finish nice sehr gut abgelaufen der ganze hier so da war noch einer da campen sie wieder wie die mongos da drinnen fuck it man shit happens aber ich finde dieses urbane auch mal ganz nice ich meine hier auf den auf den normandy karten die ganzen großen eroberungs maps die waren alle einfach also das wäre so mehr und wie die alle hießen die sind alle einfach zu groß for real zumindest wenn du mich fragst waren die einfach zu groß was alter diese krater was ist hier alles reingeschallert ich kann jetzt derzeit halt nichts machen ich kann jetzt derzeit halt nichts machen was der hat mich gesehen alter das hat geschallert holy shit der schicht schicht schon wieder auf mich fuck 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 was nehmen wir jetzt hier denn hier ja hier oben wieder alles Panzer abfass ran in der Panzer und rein in die Olga ja 1400 Punkte für das erste mal die mit noch nicht bekannt und so ist das doch ganz ganz vertretbar ehrlich gesagt ja unser Panzer kämpft halt hinten der so bist du immer am camp maler ja das ist eine gute feststellung wir haben nicht in siegerung wir haben den kampf verloren wow amazing ja sieht aus hier ja es war eigentlich gar nicht so eine schlechte runde ne level 1 erreicht ja ok panzer vielleicht nicht so ganz neues armee level haben wir jetzt das fusilia bataillon mit der kach 90 was kriegen wir denn ne warte mal hier zurück was kriegen wir denn alles hier haben wir hier genau schrotflinte ok boah level 5 wieder die fliege ok volksstum pionier bataillon mp40 ok mg34 ok u87 granatwerfer alles klar panther level gibt es hier alter holy shit nein da bin ich wieder ganz nach hinten naja gut schalten wir noch frei das war es mit der runde endlisted ich hoffe wie immer euch hat es gefallen und wir sehen uns bei der nächsten runde bis dahin macht es nicht gut macht es besser tschüssi kowski auf wieder schauen und reingehauen wir sehen uns tschüssi die 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 die